Prozent 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 jetzt geht es in die Hälfte kommt zurück zu haben Blues Croft ich habe ja schon sie werden der Dachte ich nur noch mal weiter so ist es nicht sehr schön also es weiß ich nicht mehr ich noch das Buch okay schnell lesen ja vier Spieler dann ist man relativ schnell beim Haus m okay um und wenn ich ein bisschen abkraten auch um die Hauptmann irgendwo haben wir was gepflanzt und ruhig n ich habe Angst dass ich die Kühe also die Viecher tötet und das glaubt, dass ich dann ein Emo werde hehehe nein 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 ist relativ cool hehehe das wenn das ein Bug war, dann geil also ich lass die Viecher mal ein bisschen vermehren sich bis dann was richtiges so rauskommt ähm ich hatte irgendwo eine Mine das weiß ich noch ja, glaub ich ja, richtig jetzt kann man aber die Musik ein bisschen hochschrauben ich weiß, ich sag's tausendmal ich mach im nächsten Part einen Dingsplan im nächsten Part, was ich mach ich das da aber ich mach's dann doch nicht brenne ja dummhals farm sachen das Ding könnte ich noch verkraften Na, ich seh irgendwie nie, dass das verschiedene Arten sind. Jetzt dürfte es wieder ein paar Setzlinge gegeben haben. Oh, ja, schön. Munder, hübsch. Und ja, ein paar leckere Äpfel, die man... Man sollte es irgendwie updaten, dass man die Äpfel sieht. Das wäre cool. Aber es gibt ja Morden, die auch nicht ein neues Update. Was ist das für ein komischer Baum? Wow, mein Mund wurde erfüllt. Nein, äh... Ähm... Sobald ich eine gute Schaufel habe, wenn ich hier alle abgrasen, dann würde ich eine flache Fläche haben. Nee, nee, nee. No, nee, 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 nee. Hara arma so ein Farbprprter. kaloo, ja, hama. Ja, hammer. So. So. Und jetzt können wir noch mehr Melonen farben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das ins Wasser tun muss. Ich mach's mal einfach. Die wachsen dann hoffentlich auch mal weiter. Meine schönen Tiere vermehren sich hoffentlich. So. Ein schöner einsamer Block. Ähm. Okay. Fail. Egal. Ähm. Kann ich dann wieder zurück tun. Tropenbaum. Ei, ei. Ich hoffe, es wird ein Huhn. Meine Wünsche gehen nie in Erfüllung. Ah, nein, nein, nicht mehr raus. Was du gekappt, äh... Ein eigenes... Hab ich... Mir ist jetzt aufgefallen. Ich äh... Ich fang den Satz an und dann mit dem Satz breche ich ab. Ich hab gar keine Kürze. Sind das Sitzling? Hallo. Ich bin ein bisschen verschluckt. Darum werde ich, ähm... Ja, ähm... Ist das gleich denn ein Jump-to-one-Parsase? Da haben wir ein paar Tittenfische. 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 Also... Weil... Du machst meineeten Giege... meine Giege... meine Giege... meine Giege... kaputt. Fail. Giege weg. Mag ich mich nicht. Karpus-Farm ist jetzt noch nicht. und musik herr hier ich noch Knochenpulver dann okay man darf schon mal ausprobieren dann dann hat nicht wenn diese Fiesse dann sehen wir uns im nächsten Part tschüss